Hey Leute, ich bin's Conny und heute raiden Dielandask und ich ein paar Roleplay-Games in Roblox. Das Ganze haben wir im letzten Livestream zusammen gemacht. Wenn ihr noch nie bei einem meiner Livestreams dabei wart, ich streame immer samstags. Ich versuche öfters zu streamen, aber wegen der Arbeit schaffe ich es nicht mehr. Jetzt gehen wir aber erstmal rein ins Video. Viel Spaß! Okay, erstmal mein Roleplay-Name. Roleplay-Name, natürlich. Roleplay-Name. Ich heiße Bruce. Ich heiße Murk. Bruce geht nicht. Murk geht auch nicht. Was ist Murk? Was soll Murk bedeuten? Okay, Bernd geht. Ich bin Bernd. Dann bin ich Slim. Es regnet, Anton. Wo ist dein Schirm? Ich will nicht, dass es regnet. Ich hab einen Schirm. Wo bist du? Ich bin irgendwo hier. Was sollen die ganzen Leute hier? Geht mal weg. Ich geh jetzt ins Krankenhaus. Ich hab eine Krankheit. Ja komm ins Krankenhaus. Du musst mich dann aber auch rumführen, Luis. Oh, oh. Hallo, Lady. Ist die echt? Die ist doch nicht echt, oder? Ich weiß es nicht. Ist das ein Spieler, oder nicht? Die steht da so. Warum ist die so groß? Die ist größer als alle anderen. Komm, Anton. Wir werden zu Babys. Ja, wir werden zu Babys. Warte, das ging hier, hier. Okay. Okay, Leute. Was machen wir? Oh, das sieht so geil aus. Ich weiß. Er war der beste Skin in Fortnite. Guck mal, was da los ist. Ich geh jetzt erstmal... Ne, warte. Was machen Babys eigentlich in einem Krankenhaus so normalerweise? Ich weiß nicht. Liegen. Im Bett liegen. Liegen. Okay, lass uns erstmal ins Bett legen. Ja, erstmal ins Bett legen. Die Schwester hat sich um uns zu kümmern. Wie liegt man? Bei den Animationen. Cry. Stell dir die Leute vor, die das hier jetzt Legends spielen wollen und sich so denken... Oh, ich bin Spellabod. Du bist verpistig. Ich finde dich nie. Hier sind so viele Leute. Ich bin draußen irgendwo. Ich finde dich nicht, Louis. Bist du in einem der Betten? Ne, ne. Ich war gerade auf der Party, aber ich bin wieder da. Achso. Hallo. Hier, hier, hier. Hallo. Ach, da bist du. Ja. Hä? Hä? Wo bist du? Hä? Kommst du? Kommst du? Ach, da bist du. Ich hab dich wieder gefunden. Ich verliere dich immer aus den Augen, Louis. Hier ist die Food-Pyramide. Ey, die Food-Pyramide ist falsch und warum... Warum... Warum ist die Food-Pyramide so? Hä? Egal. Hier, Leute. Ihr lernt was. Ja, ihr könnt ihr was lernen. Also... Komm, Anton, wir gehen in den X-Ray-Room. X-Ray-Room. Wo ist der? Ist hier hinten. Ah, da hinten. Okay, ich hab dich nie gesehen. Die Meute hat mich auch gesehen. Nein. Nein. Aber du bist so viel schneller laufen. Aha! X-Ray-Room. Warte, lass mich das kurz mal anschauen. Warte, 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 warte. Na, na, warte, warte. Bitte stillhalten, bitte stillhalten. Ja, nicht wackeln, sonst wird das Bild verwackelt. Augenblick, Augenblick, Augenblick. Ja, ich bin ein bisschen klein für die Gerätschaften, aber das ist halt der erste Tag, ne? Okay. Ah ja, ah ja. Offensichtlich hast du ein... Du hast Rippen. Du hast Rippen. Ja, ich hab einen Nacken eigentlich. Du hast einen Nacken? Aber ich hab Rippen, ja. Was alles so für Sachen drauskommt, ne? Wenn man zum Arzt geht. Ich wusste gar nicht, dass du einen Nacken hast, aber du hast auf jeden Fall Rippen. Das kann ich jetzt bestätigen als Facharzt für Rippologie. Ich wurde gerade nach meinem YouTube-Kanal gefragt. Äh, natürlich hab ich einen. Das ist youtube.com slash dealandask. Conny, wie alt bist du? Hier weiter geht's. Ich bin 58. Ich bin auch 58. Sieht man das nicht? Also ich finde, man sieht das. Sollen wir noch mehr Spiele infizieren? Ja, dass wir mehr Spiele infizieren. Hier, es ist mir ein bisschen zu voll, ja. Ja. Was war los denn? Okay, was gibt's noch für Spiele, die wir infizieren? Gucken wir mal nach. Kicken wir mal nach. Kicken wir mal nach. Es gibt echt nicht viele Spiele mit besonders vielen Spielen. Oh, wie wär's denn mit Märchen, Leben, Roleplay, Fairytale-Life-Roleplay? Ich mein, das Bild sieht perfekt aus, da müssen wir rein. Uh. Uh, uh. Binden Sie die Zauberbücher. Ich liebe die Übersetzungen. Äh, ich bin eins. Ich bin ein Lehrer. Ne, was bin ich? Ich bin ein Scherzen. Oh Gott. Ich muss erst mal auf Play drücken und ich bin, ich bin ein Lehrer. Ne, ich bin ein Scherzen. Natürlich bin ich ein Scherzen. Yay, a new friend. Ja, weiter geht's. Welcome, welcome, welcome. Ja, halt die Klappe. Halt die Klappe. Ich will spielen. Nein, ich will nicht mehr About Academy lernen. Ja, ich will auch nicht mehr. Nein, bitte nein. Nein. Wiedersehen. Okay, ich mache Anspruch. Weißt du, das hier erinnert mich richtig hart an Adopt Me. So, wo bist du, Anton? Oh mein Gott, ich habe gerade eine Party in Weitbekommen. Da teleportieren wir uns hin. Was? Nein, ich habe schon abgelehnt. Okay, doch nicht. Ich bin jetzt in der Mitte. Ich bin jetzt in der Mitte. Ja, wie soll ich denn die Mitte finden? Oh mein Gott, das ist ein besseres Adopt Me. Guckt euch das mal an. Also das Spiel hier ist, das sieht für mich aus wie Adopt Me, aber halt mehr Fokus auf den Roleplay-Aspekt, was Adopt Me ja komplett verloren hat. Wo ist die Mitte? Oh mein Gott, was gewinnig. Da, wo man spinnen kann. Ach so, ganz in der Mitte. Warum leuchte ich im Dunkeln? Ich habe gerade irgendwas gewonnen. Luis, ich habe dich gefunden. Wie kann ich rennen? Ich weiß es nicht. Ja, okay, cool. Ich kriege dich an. Handel. Oh mein Gott, Leute, versammelt euch. Versammelt euch. Versammelt euch. Avengers, assemble. Wie alle kommen jetzt aus ihren Läden. Jetzt kommen sie alle. Avengers, versammelt euch los. Okay. Wie die jetzt alle von irgendwoher kamen. Ich mache jetzt erstmal diesen hier. Ich habe eine Herz-Animation gemacht, aber man sieht... Ey, du wirst davon nicht so bar bei uns sehen. Was? Warte, warte. Sieht man das? Ja, man sieht gar nicht, dass ich eine Herz-Animation mache. Ach, das war... Ach, keine Ahnung. Okay, Jungs, was stellen wir an? Keine Ahnung. Wir müssen jetzt die Leute finden, dass hier Let's Shit spielen. Ja. Wo sind die? Oh, er fliegt weg. Da fliegt jemand weg. Wo? Da oben. Ey, lass das. Ey, hör auf damit. Das ist frech. Hör auf. Wie macht ihr das? Also entweder das ist eine Fee. Ich will auch eine Fee sein. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie das alles geht. Ich muss erstmal mein Outfit setzen. Oh mein Gott, klick auf das Outfit da rechts. Du wirst so eine Beauty in der Beleuchtung. Da rechts. Outfit. Ja, auf das Outfitting. Oh, oh. Wer ist denn die schöne Person? Oh, ich ziehe mir hässliche Flügel an. Ich will keine Party. Ich will Flügel. Ich will auch Flügel. Und ich will einen Hut. Gib mir einen Hut. Ich will... Rippen? Ich habe Rippen. Oh yeah. Ne, ich will keine Rippen. Ich will das hier. Ich muss schon auffallen. Ich bin besonders. Das reicht schon. Ich will irgendwas zeigen. Oh, ich will Hörner. Oh, jetzt... Ne, wie fliegen die alle? Doppelsprung. Oh, ich bin eine Fee, Anton. Oh mein Gott, Doppelsprung. Ich bin auch eine Fee. Jetzt, wo ich Flügel habe. Oh mein Gott. Louis. Oh, das ist cool. Ich bin eine Fee. Das Spiel gefällt mir. Wenn es hier dann auch noch Pets gibt, die man farben kann, die selten sind und ultra teuer, dann ist das das nächste Adopt Me. Oder ist es das alte Adopt Me. Vielleicht ist das Spiel schon uralt. Wer weiß. Hallo, mein Kind. Hi, was geht? Das ist so geil gerade irgendwie. Kannst du mich bitte grüßen? Ich grüße Ashley. Ich gehe hier auf dem... Nein! Ich muss ja wieder hoch. Wohin fliegen wir jetzt? Ah, ich bin auf dem Balkon. Keine Ahnung, wo chillen die coolen Leute in diesem Spiel? Da ist ein Schloss. Anton, komm mal nach ganz oben. Auf das Schloss. Von hier oben kann man viel mehr gucken. Da hinten. Gehen wir zum Schloss? Ich bin auf dem Weg zum Schloss. Na dann. Bist du nicht auf dem Weg zum Schloss? Auf geht's, Armee. Auf geht's. Okay. Dann kommt da alles. Auf meinen Prinzessinnen-Turm. Hier wollte ich schon immer hin. Das ist ja wie bei Harry Potter. Warum ist die Tür so groß? Ich komme da nicht an. Ich habe hier noch geflossen. So, was gibt es hier in der Schule? Also hier gibt es auf jeden Fall einen Weihnachtsbaum. Das ist ja wie in Hogwarts. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist wie der Innenhof in Hogwarts. Was gibt es hier? Oh mein Gott. Das ist wie das Tor in Hogwarts. Das ist wie das Aquarium in Hogwarts. Interagieren. Oh mein Gott. Das macht Bubbles. Ich will auch interagieren. Ich kann nicht interagieren. Gibt es irgendwelche Kurse, die man betreten kann? Na, die sind alle nicht voll. Ja, aber wo sind die ganzen Leute, die das Spiel hier Let's It spielen? Warum finden wir die nicht? Wahrscheinlich sehen wir sie einfach nur nicht zwischen all den armen Leuten. Oh ja. Magic. In Magic sind Leute drin. In Magic. Wo finden wir Magic? Raus und dann oben sind so Balkone. Okay. Da sind Leute drin. Hier sind echte Leute drin. Ich suche. Ich suche. Wie komme ich raus? Ich habe mich verlaufen. Achso, warte. Wir kamen von da. Soll ich gehen wieder raus aus dem Schloss? Warum raus aus dem Schloss? Wer sagt das raus? Nein, also nicht raus aus dem Schloss. Raus aus diesem Raum mit den Bubbles. Aber da war ich doch gar nicht drin. Augenblick, ich muss kurz. Oder sollen wir uns ein neues Spiel suchen? Ne, ich will jetzt die Leute auch finden. Von denen du... Oh nein, ich bin rausgegangen, weil ich Sachen kurz gemacht habe. Ich muss wieder rein. Komm mal in den Raum mit den Rutschen. Mit der Rutsche da. Mit dem Wasserding. Wo du gesagt hast, hör du, das ist ja Innenhof von Hogwarts. Ja. Kennst du Brookhaven? Den habe ich nie gehört. Okay, ich bin im Innenhof von Hogwarts. Versammlung im Innenhof. Ja, da sind wir. Alles klar, Männer. Seid ihr bereit für den Magic-Unterricht? Ich bin bereit. Dann komm mit. Auf zum Magic-Unterricht. Oh, das kann ja mehr drin. Magic-Unterricht ist vorbei, Leute. Okay, wo sind sie dann jetzt? Ich weiß es. Ich warte, wir müssen zum nächsten Unterricht. Okay. Wieder Versammlung in der Mitte. Versammlung in der Mitte. Das ist doch safe. Das ist doch safe für eine echte Person. Die sieht so aus wie eine Fee. Ich sehe auch aus wie eine Fee. Ja, aber die hier sieht aus wie eine richtige Fee. Ich folge ihr. Na? Oh, setz dich weg, Tepit. Okay. Wo sind die Leute jetzt? Ich glaube, wir waren ein bisschen zu viel. Aber wo? Wirklich? Wo machen die Leute jetzt Unterricht? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Was ist denn mit hier? Gibt es hier, Leute? Alles leer? Keiner da? Ja, wir werden auch Mathe machen. Ist so. Lass den Burg stürmen. Machen wir auch. Wir stürmen schon, die Burg. Aber wir müssen wissen, wo die Leute sind, die wir stürmen können. Wollen wir hier hoch? Ja, komm, lass hier hoch. Was auch immer hinter dieser Tür ist. Kapelle. Das sind die Kapelle. Oh, wir machen Gottesdienst, Leute. Okay, Leute, ich bin der Pastor. Ja, ich bin hier ein Einsitzender. So, wir haben uns hier alle versammelt. Ich kann das nicht. Jemand anderes muss nach vorne gehen. Duda. Duda, der aussieht wie Abbaok. Mach das. Oder Bacon. Ja, du machst das. Endlich wieder ein schöner Tag. Abonnieren. Genau. Amen. Und Gott sprach zu Abraham. Hier sind keine Ahnung, wo die Leute sind. Also, lass mal wieder woanders hingehen, oder? Was andere spielen? Was andere spielen? Okay. Was gibt's noch für Spiele? Oh, ich bin Baby. Nein, ich will kein Baby sein. Ich bin ein Elternteil. Also, ich hab ja Atmanrechte. Ich auch. Haha. Ich weiß nur nicht, wie ich sie nutze. Versucht mich doch zu kriegen. Haha. Hallo. Hallo. Louis, wo bist du? Also, ich bin über den Sporn. Warte, sollen wir eine Presentation spielen? Können wir machen. Ich weiß nicht, wo du bist. So, danach haben Louis und ich noch ganz viele andere Spiele gespielt. Aber ich denke, mit dem Video reicht's für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal. Bis dann und... Ciao.